Drei... Drei drücken! Von den angehenden Falschmuffklärern wird viel verlangt. Wenn sie mal oben sind, dürfen sie nicht lange zögern. Obwohl sie erst letzte Woche ihren ersten Sprung hatten, wirken die jungen Springer schon sehr routiniert. Ich bin ziemlich ruhig, entspannt. Ich denke an die Familie und so. Ich habe noch nie so einen Sprung. Ich bin ein bisschen nervös, aber es wird besser. Noch etwas anders klingt es bei Stefan Keller. Er hat erst seinen zweiten Sprung hinter sich. Es ist die Nervosität, die alle haben gespürt. Man schaut ein bisschen an. Wenn die Tür aufgeht, geht es einfach los. Man hat ein paar Tage genügend geübt. Dann ist man voll drin. Dann ist die Nervosität weg. Bei mir zumindest. Und ab da ist es gelaufen. Zwei Teams, mit je etwa vier bis zehn Personen, sind zu Kappeln am Trainieren. Schon am ersten Tag wird normalerweise der erste Absprung gemacht. Innerhalb von zwei Wochen sind es für jeden sogar 25 bis 28 Sprünge. Die Anforderungen an die Springer sind eigentlich, dass sie in diesen zwei Wochen lernen, damit umgehen, aus einem Flieger rauszukumpen, schön ruhig bleiben, die Sicherheit bekommen vom falschen Springen und eigentlich das Material lernen können. Das Gefühl von schweren Losigkeit ist schwierig zu erklären. Ah, Hammer. Ja, hat mich ein wenig gedreht, aber sonst ist es gut gegangen. Ja, es macht mega Spass. Ja, es war ein guter Sprung. Ich hatte am Anfang noch zwei Dreieger drinnen. Dann konnte ich sie ausgleichen. Dann hatte ich einen sauberen Freifall. Dann bin ich 1'000, habe ich 100 Meter gezogen. Ich hatte einen guten Schirmflug. Super gelaufen. Es ist einfach genial. Es ist ein Gefühl, das man sonst nie hat. Es ist wirklich geil. Wie ein Pögelchen, der den ganzen Tag pfeift. Das ist bei den Springer genau gleich. Der Weg zum falschen Aufklärer ist aber noch lang. Von jährlich etwa 300 Anwärter werden schlussendlich nur 6 bis 12 die Rekrutenschule auch wirklich abschliessen.